So, eine der nervigsten Missionen, wie ich finde. So, meine erste Frage ist, hat Idle mittlerweile genug Rangpunkte, um... Ja, er hat. Das ist sehr toll, weil den hier brauche ich in der Mission. Dann, was ich auch brauche, ist der hier, weil in der Mission wird es ab dem dritten Tag regnen. Und, ja, Regen, 20% mehr Schaden nimmt man da einfach mit. So, hier muss ich allerdings mein Lieblingstech-Team ranmachen. Aber die brauche ich ja sowieso in der blauen Armee, fällt mir gerade auf. Und, ja, da muss ich hier Eagle, hier Sammy. Das passt schon. Die hier brauche ich. Was nehme ich denn hier mit? Das sollte dann so reichen. Ja, in der roten Armee. Wen nehmen wir denn hier mit? Ja, nachdem die ziemlich auf Aufbau spielen, nehmen wir mal wieder das Dream-Team. Was haben wir denn hier schon? Sascha ist, wie ich so, nur zum Colin-Supporten da für mich. Colin und Sascha. Hm. Passt irgendwie, dass die gerade in der roten Armee sind, weil das sind zwei Blue-Moon-Kursen und Blue-Moon ist das, was man in der richtigen Welt eher auf Russland betrachten würde, mehr oder weniger. Die Orange Star Armee steht für Amerika, die Green Earth Armee für Europa und die Yellow Comet Armee für Asien. Hm. wenn man den bezug zur richtigen welt haben will wenn man ihn haben will aber in dem fall ist das ja zusammen sein direkt zusammen sind die vier sowieso gerade als die allied nations bekannt und kämpfen sowieso zusammen gegen black hole die übrigens eine minimale anspielung auf das deutsche nazireich haben aber nur ganz minimal so japaner sind ja allgemein sehr fasziniert von dieser zeit na dann legen wir mal los das war es hier erst mal so der grund warum ich diesen einen skill mitgenommen habe ich komme jetzt mit den einheiten bis da nach vorne durch den ganzen wald hindurch und kann die fernwaffen ausschalten bevor sie mich zu brei schießen das gibt mir doch einen sehr enormen startvorteil hier es ist immer black hole eigentlich oder bei den was habe ich ganz kurz zu spielen namen des spiels etwas etwas spielen ist es immer black hole als gegner im ersten spiel ist es prinzipiell auch black hole allerdings hat bekämpft man die nur in den letzten drei missionen weil sturm der oberkommandant von black hole hat einen krieg zwischen den vier nationen angezettelten und hat diesen ausgenutzt um seine armee aufzubauen deswegen kämpfen da im ersten spiel noch alle vier nationen gegeneinander bis zur letzten mission wo dann alle zusammen gegen in black hole kämpfen da blinkt schon die erste super auch schon wieder ein klon ja diesmal ein klon von drake ein greener fko so 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 bei den ganzen klungen muss ich echt die ganze zeit an allen pro 2 denken das ist ein irgendwie ist nicht gern ein echtzeitstrategie spiel von den west von westwood entertainment und da gab es unter anderem die mission wo der antrag und antrag und ist versucht hat die köpfe dieser welt beziehungsweise die anführer der welt durch klone zu ersetzen naja also black hole benutzt die ganzen klone einfach nur um uns zu ärgern vor allem da aber der einzige klon den ich wirklich schlimm finde ist der der in der nächsten mission kommt aber ich war gespannt nachdem du jetzt noch nicht weißt welcher klon das ist weil ich mal nicht und zwar ich ja nicht gespannt diese ozium einheit stört mich jetzt ein bisschen weil zum teufel ist eine ozium einheit wo die drüber rennt ist die einheit weg egal was es ist bin am überlegen ob ich dazu gerade was opfern kann soll oder muss die infanterieinheit hier sicher durchzubringen ich glaube ich kann den späer opfern wenn man ihn schon opfern dann kann er wenigstens noch mal drauf schießen dann verschlingen wir nächste runde vor den späer aber egal ich habe ja noch einen zweiten späer den kriegsnibel kann ich dann ab der nächsten runde auch schön ausnutzen jetzt tagt er erst ok jetzt kommt der tsunami aber den kriegsnibel kann ich jetzt genauso gut zu meinem vorteil ausnutzen gut Spiele ja voll auf Risiko hier und der schafft es sogar noch. So. So. Ah, bis auf einer hinein, alles. Dann. Wir brauchen ein bisschen Geld, würde ich sagen. So, wir brauchen einen Neotank und einen normalen Tank, das sollte erstmal wieder ausreichen, um da unten einigermaßen zu überleben. Das ist das tolle an Colin, wenn du Geld brauchst, du kriegst es. Jetzt wäre die interessante Frage, auf welches Feld ist die Ozeumeinheit gegangen? Auf das Silo oder auf die Basis? Zuerst einmal auf jeden Fall das Schlachtschiff hier wieder ein bisschen anschießen. In der Hoffnung, dass wir das irgendwann mal kaputt kriegen, mit ein bisschen Glück. Nachdem ich den Capture eh nicht durchkriege... Okay, er ist auf dem Silo. Ist die Frage, kriege ich einen Tod? Das hängt jetzt davon ab, ob da unten in dem Wald was steht. Da steht nichts, das ist gut. Gut, dann boxen wir es um. Ja. Kriegst du ihn tot? Mit ein kleines bisschen Glück, ja. Da. Der muss sitzen, sonst geht's nicht. Jawoll. Incredible. 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 Der ist in diesem Fall dauerhaft, weil es bis zum Ende dieser Mission regnet. Und im Regen ist es sowieso ein verstärkter Kriegsnebel, der sogar noch die Sichtweite im einen Feld verringert. Also unter einem Feld kann die Sichtweite aber sowieso nicht sinken. Das würde ja dann auch nicht mehr funktionieren, das Spiel.